Das ist von Sony, der KD65XE9305 und das ist der beste Fernseher mit Rand-LED, den wir bis jetzt getestet haben. Der neue Bildprozessor X1 Extreme sorgt für eine perfekte Aufbereitung aller Quellen, also vom schlechtesten DVB-T2 bis zum besten Ultra HD HDR, bereitet er alle Bilder perfekt auf. Er hat einen Slim Backlight Drive Plus, heißt er ist eine sehr gute Kombination aus Design und Superbild, weil er ist sehr flach und hat trotzdem Dimming-Zonen, das heißt er hat einen super Schwarzwert und kann gleichzeitig sehr hell sein. Er ist voll HDR-tauglich, wir haben ihn mit über 1300 Nit gemessen und gleichzeitig ist er halt ein Design-Highlight, weil seine Rückwand lässt sich komplett schließen durch Klappen, sieht sehr schön aus. Im Prinzip vereint er alles das, was ein Fernseher heutzutage haben soll. Ein super Gerät, Anschlüsse sind alle dran, die man braucht, Design ist toll, wie gesagt, das Bild ist spitzenklasse. Wunderbar, und die Bedienung, es ist ein Android 6 drauf, wird dieses Jahr noch upgedatet, wieder war ein Android 7, wurde uns versprochen, also eigentlich das super-mega-Highlight-Gerät. Der KD-65XE9305 ist der beste Fernseher mit Seiten-Backlight, das Slim Backlight Drive, hat eine Art lokales Dimming, deswegen hat er einen super Schwarzwert, ist wahnsinnig hell, macht tolle Farben und sein neuer Chip, der bringt ihm die beste Feinauflösung, die wir bis jetzt gesehen haben.